Eieieiei Mir gibt es schon wieder doppelt, der hat es so richtig so Ja F**k Wir abend sind fleißig los Hoppala Hallo Hehehe Ich setz mich hier rein, hier ist es ruhiger Außerdem kriegst du da draußen auf dem Dach bloß einen Sonnenbrand Oh Gibt mir nichts, die funktionieren ja die Außenspiegel Ja, aber im Meldrecher der Rechte bringt der absolut Null Weil der ist so weit hinten angebracht Was? Ja 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 Also. Vollfosten? Also quasi Vögel, die voll vor den Pfosten fliegen? Ja. Irre. Ist das auch ein Simulator? Ich würde mal sagen, es wird Zeit, dass ihr euch noch eine zweite PS4 holt. Natürlich ist ja nicht das Problem. Was? Ja. Ach. Ach. Das wäre echt meine Schlicht. Ja. Ich glaube nicht. Ich würde ein bisschen schneller fahren, hier der Onkel. Ja. 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 Ich sage, wenn du das Spielzimmer und Wohnzimmer hast, dann weißt du doch, wo der zweite Fernseher hin muss. Ja. 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 Ich schmeiß hier kleine Lernbierbüchsen gegen Traktor aus dem Mähdrecher raus. Da kann ja bloß Frau am Steuer sind bei der Vorweise. Siehste, war ich dort. Die Schrauben sind in den Karten. Die Schrauben sind in den Karten. Die Schrauben sind in den Karten. Ich verstehe, dass ich da nicht bin. Wenn sie da nicht sind, dann geht es um die Schrauben. Das ist eine gute Frage. am Arsch jetzt hat es den Hänger abgekuppelt, oh ne das sind wieder die Fachkräfte die dir vom Arbeitsamt kriegst herr Zum Glück gibt es hier kein Schadensmodell. Eskalation auf dem Acker. Mit einem gleichen Spielzeugtraktor. Ich muss hier links rum. Kann sie dich mal entkeilen? Jetzt müssen wir uns benehmen. Das wird nichts. Hube geht, mach mal nicht. Hansi fix? Hallo? Guten Tag. Immer. Genau. Wenn wir alle so viel hätten wie Arbeit. Wir sind gerade hinten auf Feld 12 am abernten. Wenn du Bock hast, kannst du... Genau. Wir haben noch nicht allzu viel. Das schaffst du nicht. Das wäre natürlich schlecht, wenn wir uns jetzt die ganze Zeit doppelte Arbeit gemacht hätten. Das ist sicher gelesen. Das ist sicher gelesen. Ja, ob sie jetzt haben wir die ganze Scheiße jedes Mal doppelt gemacht. Guck doch mal in die Garage. Nein, das ist der Rapid A600S. Ach der sieht genauso aus oder wie? Ach so. Ach so. Ach so. Hast du noch mal Glück gehabt? Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ja. D-Bitterfeld. Wissen ich ob der das Verarsagen hat? Also näher Leipzig quasi. Aha. So. Oh, leck. Oh, monster leck. Bei dem der Ping ist ganz normal, aber das leckt die Hülle. Oh, leck. Bei dem der Ping ist ganz normal, aber das leckt die Hülle. Die Hülle. Wie bitte? Niemals. Nein, nein, wir wollen uns so hoch arbeiten. Und du bist hier so alleine unterwegs in LS 2017 oder wie? Ja, wir sind auch immer unterschiedlich. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Es wird dunkel hier. Ja hier ist jetzt gerade weiter gesprungen. Jetzt wird es dann langsam doch mal Zeit für eine zweite andere Maschine. Woher habe ich sie? Wie bitte? Ich habe sie versagt noch. Aber wir haben gerade schon 42.000 Liter Sojabohnentzug verladen. So. So. Ich habe sie, fängst du schon mit Seen an. Der ist auf der anderen Seite. 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 So, jetzt ist hier hinten das letzte Stück immer noch nicht fertig. Der ist auf der anderen Seite. Der ist auf der anderen Seite. Der ist auf der anderen Seite. Der ist auf der anderen Seite.